Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Reaver Technik. Heute geht es ums Osmosewasser, ums Nachfüllen. Ihr wisst, ich bin ein fauler Mensch. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, das Upgrade, was ich jetzt hier mache, ist für das Osmosebecken und ihr seht, da ist schon was Neues in Sicht. Es geht sich um die Befüllung desselbigen, beziehungsweise im weiteren Verlauf möchte ich das Ganze komplett automatisieren. Und zwar ist jetzt die Konfiguration, so wie es hier ist, das Gerät, beziehungsweise die Osmoseanlage direkt hier oben am Osmosebecken angeschlossen. Man sieht hier, dass ich dementsprechend hier den Sicherheitsschimmer habe, der mir hier das Ventil verschließt. Ich kann das, wie gehabt bisher, mit der Fernbedienung machen. Ich schalte es ein, dann dauert es ein bisschen was. Es wird unten was freigeschaltet, da gehen wir gleich nochmal kurz hin. Und dann wird mein Osmosebecken hier oben befüllt, bis es voll ist. Und wenn es voll ist, dann geht der Sicherheitsschalter hin und schließt das Ganze. Unten wird mein bewährtes Sicherheitssystem, Mechanik, dann auch aktiviert. Und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns dann jetzt gleich mal unten im Keller an. Ja Leute, willkommen hier in meinem Keller, in meiner Wasseraufbereitungsanlage. Und ihr seht, ich habe hier einiges aufgefahren, damit das hier auch vernünftig funktioniert. Der Plan des Ganzen ist es, dass ich oben im Becken nachher den Levelkeeper einbaue und der Levelkeeper mir dann hingeht und dann anschließend die Osmoseanlage einschaltet von oben her. Und ich direkt frisches Wasser aus dem Schlauch heraus oben für mein Becken bekomme. Der Aufbau hier sieht aus wie folgt. Wir haben hier eine normale Osmoseanlage. Das ist momentan noch in einer 75 gp. Kohlefilter, Fein-Sedimentfilter, ganz normal. Hier sind zwei Kartuschen mit Harz. Einmal 4 Liter und einmal 1 Liter. Und das Ganze ist jetzt so aufgebaut, dass ich auch hier oben einen Sicherheitsschalter habe, der dann oben mit dem Schwimmerschalter reagiert. Sobald der Schwimmerschalter oben hoch geht, beziehungsweise die Verbindung nach oben zu macht, wird hier eine Membran zugedrückt und die Hauptwasserversorgung wird abgedrückt. Es läuft immer noch ein kleines bisschen weiter, aber oben kommt nichts mehr raus. Und es geht eigentlich in dem Moment nur noch was über die Membran raus, also ein bisschen Abwasser. Heißt also, das läuft mir oben nicht voll. Wie habe ich aber das Ganze jetzt per Fernbedienung jetzt hingekriegt? Das ist relativ, ja, ich sage mal in Anführungszeichen relativ einfach. Ich habe hier mir von der Firma Tunze zwei Magnetventile kommen lassen. Warum zwei? Aus Sicherheitsgründen. Genau das, was ihr vermutet. Entschuldigung. Sollte ein Ventil vorsagen, nicht richtig schließen, ist das zweite immer noch da. Und die dritte Sicherheitseinrichtung habe ich hier mit meiner mechanischen Abschaltung. Und das Ganze wird dann im Endeffekt oben über diesen per Fernbedienung Schalter gesteuert. Wenn ich das jetzt ausschalte, dann sind die Ventile zu. Und es kommt kein Wasser mehr raus. Und wenn ich das Ganze jetzt anschalte, habt ihr ganz kurz gehört, hoffe ich, dass das Wasser wieder rein strömt. Zusätzlich, damit das Wasser nicht wieder komplett zurückläuft von oben, habe ich hier ein Rückschlagventil drin. Und habe hier aber auch die Möglichkeit, habe ich da hinten in der Ecke stehen, mir selber nochmal Osmosewasser zu produzieren. Das kann ich dann per Schalter machen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich das Ganze mit dem Levelkeeper kombiniere, werde ich mir noch einen zusätzlichen Abzweig machen, der dann vorne drumherum geht. Auch nochmal so ein Absperrhahn, der dann das Ganze direkt umgeht, damit ich mal Wasser zwischendurch produzieren kann, ohne dass das Gerät dann oben jetzt, ich sage es mal, kein Wasser nachfüllen kann. Aber das ist jetzt erstmal der grobe Plan. Die beiden Magnetventile da hinten, hier nochmal die zusätzlichen Sicherheitsschalter. Und wie gesagt, das Ganze gesteuert erstmal über die Fernbedienung. Gehen wir wieder hoch ans Becken. So Leute, sind wir wieder oben. Und ihr seht, das Becken hat sich schon ein bisschen gefüllt. Im Endeffekt wird es dann hier so aussehen, zumindest in der momentanen Konfiguration, dass das Becken, wenn es dann hier so komplett gefüllt ist, dann ist der Schwimmer hier so weit oben und sperrt mir dann halt mechanisch das Ganze ab. Dann kann ich hingehen, okay, ich sehe, alles voll. Es passiert unten nichts, es passiert hier oben nichts, es läuft nichts über. Also ich benutze diese Schwimmer schon seit zwei Jahren knapp unten für meine Osmosefässer. Funktioniert einwandfrei in Verbindung mit dem Sicherheitsschalter unten, also mit dem mechanischen Sicherheitsschalter. und ja, der Plan, der weitere Plan sieht vor, dass ich hingehe und halt dieses Becken hier komplett rausnehme, dass mir ein bisschen mehr Platz und optisch mehr Platz ist und dass dieser Schwimmer-Schalter dann hinten im Klarwasserbereich installiert wird. Wobei da ist schon einer installiert, da weiß ich noch nicht, ob ich den nehmen kann oder ob ich halt den hier benutzen muss, weiß ich noch nicht. Sollte aber nicht das große Problem sein. Und dieser Schwimmer ist im Endeffekt die Notreserve dann. Das Nachfüllsystem, also der Levelkeeper, wird auch dann hinten mit seinen Schwimmer-Schaltern und mit der Minimal- und Maximal-Notabschaltung hinten im Klarwasserbereich eingebaut. Und der Schwimmer-Schalter selber ist dann, ich sag jetzt mal, ein kleines bisschen höher angesiedelt, sodass der, ich sag jetzt mal, sechs, sieben Liter oder fünf, sechs Liter so in den Dreh maximal an Osmosewasser zu viel reinpumpt. Das ist bei so einer Beckengröße noch nicht wirklich so schlimm. Das ist vielleicht ein oder zwei Punkte, die dann vielleicht runtergehen. Das ist aber nicht so, dass das Becken dann aussüßen würde. Und dann ist aber dieser Sicherheitsfaktor gegeben. Das heißt, sollten unten meine Magnetventile versagen und das Wasser weiter durchlaufen, habe ich als dritte Sicherung dann hier oben diesen Schwimmer. Und der mir dann im Endeffekt dabei hilft, dass das Becken hier nicht überläuft, dass das nicht komplett vollgepumpt wird. Auch wenn da unten, ich sag jetzt mal, ein mechanischer Fehler an dem Levelkeeper sein sollte, an diesen Schwimmern. Das kann ja auch schon mal passieren, dass die vielleicht irgendwie hängenbleiben oder so. Dann ist dieses System dann im Endeffekt so ausgelegt, dass eigentlich nichts passieren kann. Drauf gebracht hat mich übrigens der Matthias Krause. Der macht das schon seit Jahren so. Hat im Endeffekt eine ähnliche Konfiguration bei sich am Beckenlaufen. Und ja, ich muss pauschal sagen, so wie es im Moment ist, ist es schon mal die erste Vorstufe. Und sobald der Levelkeeper da ist, gehe ich hin und zeige euch, wie der Levelkeeper funktioniert, wie er installiert wird und wie ich den dann hier mit diesem System zusammen verbinde. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben hier zu diesem System, was ich euch gerade jetzt vorgestellt habe, schreibt es mir doch runter in die Kommentare. Sollte sonst noch irgendwas sein, schreibt es mir auch runter in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich habe genug gelabert für heute. Schwitzen tue ich auch wieder die ganze Zeit. Ihr habt es eben im Keller schon gesehen. Entschuldigung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier seht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Euer Weiber. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020